Heute hieß es wieder einmal Vorhang auf für einen weiteren Akt im Brexit-Drama, das inzwischen immer mehr einem absurden Politiktheater gleicht. Wir sehen hier Bilder aus dem britischen Parlament. Vor wenigen Minuten hat man sich dort gegen einen Brexit ohne Abkommen, also einen No-Deal-Brexit, ausgesprochen. Und Labour-Chef Corbyn hat Theresa May erstmals eine Zusammenarbeit angeboten. Jetzt ist die EU am Zug, die sich aber immer noch sperrig zeigt. Aber vielleicht ist es ein kleiner Hoffnungsschimmer, ein Hoffnungsschimmer vor allem für Menschen wie Sie. Deutsche, die bisher ihr Leben frei zwischen Großbritannien und der Bundesrepublik gelebt haben, über Grenzen hinweg. Der Brexit droht einzureißen, was für Sie und für viele andere selbstverständlich war. Beate Greindl und Sabina Wolf. Großbritannien, mitten in der Brexit-Schlacht. Es scheint, als hätten viele Politiker, die den Austritt aus der EU befürworten, die Menschen vergessen. Die, die es hautnah betrifft. Report München hat sie besucht. Drei Fälle, drei Schicksale. Also ich finde es irgendwie deprimierend. Mir kommt es vor wie ein Schritt zurück in die Steinzeit. Es macht mich wütend, es macht mich traurig. Wenn auf einmal sich ein Premierminister hinstellt und quasi zu Leuten mit meinem Lebensentwurf sagt, wir wollen euch nicht mehr, das hat mich getroffen. Wir fahren in den Südosten Englands, wollen eine Deutsche treffen. Seit über 20 Jahren lebt sie hier, etwa 20 Kilometer nördlich der Küstenstadt Brighton, in Hirstpeer Point. Ursula Hudson, ihr Mann Guy hat sie vom Flughafen abgeholt. Sie ist selbstständig und pendelt zwischen Deutschland und Großbritannien. Doch ihr Zuhause ist hier. Ob das nach dem Brexit auch so bleiben kann? Sie wissen es nicht. Und das macht Ursula und Guy Hudson Angst. Absurd, dass ihr Bleiberecht neuerdings Thema in der Familie ist. Nie, nein, 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 habe ich einfach nicht gedacht. Das war nie vorgesehen in meinem Kopf. Und auch im Geistkopf nicht. Das war unvorstellbar. Ursula Hudson ist Deutsche, ihr Mann Brite. Sie hat keinen britischen Pass. Den will sie jetzt beantragen, um in der verworrenen Brexit-Situation auf Nummer sicher zu gehen. Denn nur er garantiert volle Bürgerrechte. Die Vorschriften für den Erwerb der britischen Staatsbürgerschaft haben sich seit dem Brexit-Votum verändert. Derzeit verlangen die Behörden, dass man in den letzten zwölf Monaten nicht mehr als 90 Tage außer Landes war. Doch beruflich bedingt war Ursula Hudson öfter weg und fürchtet deshalb langfristig um ihr Bleiberecht. Ich bin sehr unwillig, mich dem ganzen Verfahren auszusetzen. Ich finde, nach fast 23 Jahren England, 20 Jahren Ehe mit einem Engländer, eingezahlt ins Steuersystem, gehört man irgendwie zum Mobiliar des Landes. Das ist aber offensichtlich nicht. Und jetzt muss man sozusagen diesen Status plötzlich sichern. Ich habe mich auch immer ganz stark als Europäerin gefühlt. Ganz stark. Und ich finde es ein Drama. Wir treffen die Jungunternehmerin Eva Litzenberg. Elf Jahre lang hat sie ihr Geschäft aufgebaut. Sie unterrichtet Deutsch in großen Firmen. Und auch Privatleute, wie den Bandmanager Jeffrey, vergangenen Donnerstag in London, Shoreditch. Ich schwimme... Ich schwimme... Ich schwimme... Ich schwimme... Every day. Jeden Tag? Im... Meer? Im Meer. Im Meer. Sehr gut. Doch seit dem Brexit-Votum schwingt beim Unterricht ein flaues Gefühl im Bauch mit. Da ist Wut, da ist auch Traurigkeit dabei, da ist auch wirklich Fassungslosigkeit. Was passiert denn mit meiner Zukunft? Was passiert mit meiner Existenz? Das... Ich habe eigentlich wirklich richtig Angst. Mobil arbeiten, wenig Papierkram. Eva Litzenberg hat nichts aufgehoben, was die Behörden neuerdings verlangen. Flugtickets oder Gasrechnungen, die den durchgängigen Aufenthalt im Land in den letzten fünf Jahren beweisen. Das ist eigentlich ziemlich unfair, wenn man drüber nachdenkt, dass jetzt gesagt wird, warum habt ihr das Ganze denn nicht gesammelt? Als es dazu eigentlich keinen Grund gab, diese ganzen Belege zu sammeln. Verzweifelt versucht Eva Litzenberg, die Unterlagen beizubringen. Schafft sie es nicht, ist ihr unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Gefahr. Vergangenen Samstag im Südwesten Londons. Luisham. Die Deutsch-Britin Eva Bigalke kämpft für eine zweite Brexit-Abstimmung. Ich kämpfe dafür, dass diese Freiheit, einfach in ein anderes Land innerhalb von Europa zu gehen, beibehalten bleibt. Ich bin vor 23 Jahren hierher gekommen, ohne jemanden um Genehmigung bitten zu müssen. Ich musste kein Formular ausfüllen. Keiner hat darüber entschieden. Und diese Freiheit soll auch einer neuen Generation beibehalten bleiben. Und Eva Bigalke hat auch ganz persönliche Motive. Sie und ihr Mann wollen später als Rentner eigentlich in Deutschland leben. Mit dem harten Brexit allerdings wäre ihr britischer Ehemann plötzlich kein EU-Bürger mehr. Die britische Krankenversicherung kann er dann in Deutschland nicht mehr wie bisher in Anspruch nehmen. Eine Absicherung im Krankenfall würde zum Problem. Womöglich braucht er sogar ein Visum. Man muss dann auf einmal nachweisen, wie man sich für drei Jahre finanziert. Man muss nachweisen, wie man für drei Jahre krankenversichert ist. Und das ist mit medizinischer Vorgeschichte und im Rentenalter eine Hürde, die dann schon nicht mehr so einfach zu nehmen ist. Zurück zu Familie Hatzen. Sie hat jetzt auch die nächsten Wochen im Blick. Denn ein ungeordneter Brexit Ende März hätte auch für Reisende wie Ursula Hatzen Folgen. Sie erwartet Behinderungen im Flugverkehr, Riesenstaus an den Häfen und Chaos bei der Grenzabfertigung. Unsere Planungen sind, dass wir bei fortgesetzter Unsicherheit Richtung 20. März das Auto packen und mal drei, vier Wochen nach Deutschland gehen. Denn ich muss auch wegen meiner Arbeit in Deutschland sein. Und ich kann dann unter Umständen ja gar nicht so leicht hin und her wechseln. Neben kurzfristigen Schwierigkeiten sieht Ehemann Guy noch ganz andere Probleme auf das Land zukommen. Ich habe große Angst vor Unruhen. Wenn es einen ungeordneten Brexit gibt, werden wir 10 bis 20 Jahre Chaos haben. Sonntagabend. Ursula Hatzen muss wieder Koffer packen. Noch ist es nur für die nächste Arbeitswoche. Doch wenn der harte Brexit kommt, dann könnte es für sie und ihren Mann schon bald für immer sein. So viel Unsicherheit. Absurd. In einem Europa des 21. Jahrhunderts. Wir sind eins. ARD.